Ich bin nicht getroffen. Sie kommen heute zu einem Abschiedsbankett, ohne dass Sie es wollen wissen, wo ich will. Erlauben Sie! Ja, ich erlaube, dass Sie bei einer Kofi sitzen oder anzugreifen. Anstand und keine Hochbeirat. Lieber gehen wir morgen beim Abschied, aber flosch, dass das heiter Stadtal geschnitzt. Da kann man echt nichts mehr sagen. Sehr geehrte Herren, gehen Sie in die Nubelgasse und gehen. Er wird wahrscheinlich im Silber ein Rappabstück holen. Lassen Sie das nicht zu, sondern bringen Sie ihn also gleich hierher auf mein Villerschloss. Servus! Ich begleite dich. Den Abendmantel muss ich auch wohl vertrösten, weil für heute ist kein Zeit für solche Labanie. Der Gründer Wachter über den Hof. Ich bin nicht zu, sondern bin meine Gäste und der Gründer Wachter über den Hof.